Präsentiert von Photoshop-Podcast.de, Ihr ProfiCast für digitale Bildbearbeitung. Dieses Video zeigt, wie Sie mit dem verflüssigen Filter und dem Grafiktablett effizient arbeiten und mit Hilfe von Ebenen die Augen vergrößern können. In diesem Video möchte ich nun zeigen, wie man mit Hilfe des verflüssigen Filters die Proportionen etwas angleichen und verbessern kann und wie man mit Hilfe von Ebenen die Augen vergrößern kann. Ich möchte hier jetzt anfangen, dass ich einen Bereich auswähle, in diesem Fall die Nasenpartie, ich tue mir etwas ein und hier jetzt alle Einstellungen auf eine neue Ebene kopiere. Ich nehme das Auswahlwerkzeug, nehme hier die Nasenpartie und positioniere das bei gedrückter Leertaste oder in diesem Fall Handtaste neu, lasse das jetzt so los, wie es ist und sage jetzt, in dieser Auswahl möchte ich jetzt alle Ebenen, die darunter liegen, gesamt kopieren und als neue Ebene einfügen. Das kann ich unter Bearbeiten machen und hier kann ich sagen, auf eine Ebene reduziert, kopiert, Umschalt, Steuerung C. Nun wird jetzt der gesamte Ebeneninhalt, der auf diesen drei Ebenen ist, kopiert. Also sowohl hier die Falten, dann auch der Inhalt, falls wir hier etwas retuschiert haben, wie in diesem Bereich und natürlich auch der Hintergrund. Und jetzt gehe ich her und sage Bearbeiten, Einfügen. Und nun, ich blende die unteren Ebenen aus, wird hier genau dieser Bereich eingefügt. Ich nenne den jetzt Nase und blende die anderen Ebenen wieder ein. Was ich jetzt machen kann, ist, dass ich hier mit gedrückter Steuerung Taste diesen Bereich auswähle. Also Steuerung Klick auf das Ebenensymbol und dann kann ich unter Filter gehen und sagen Verflüssigen. Und dieser Filter kann jetzt folgendes machen. Ich bin hier im Dialog herinnen und dieser Filter hat mehrere Funktionen. Was wir hauptsächlich brauchen, ist die Funktion des Wischfingers beziehungsweise vorwärts krümmen Werkzeug. Und ich kann hier im rechten Bereich die Pinselgröße vergrößern. Das war vielleicht ein wenig zu groß. Und was jetzt ganz interessant ist, hier darunter kann ich sagen, ich möchte den Stiftandruck verwenden. Das heißt, hier kann ich jetzt den Zeichenstiftdruck vom Grafiktablett nutzen, um mit Gefühl Elemente zu verschieben. Was ich jetzt machen will, ist hier herklicken und das jetzt etwas nach rechts ziehen. Das war jetzt etwas zu viel in diesem Bereich, bin wieder zurückgegangen. Was ich hier eigentlich mache, ist folgendes, ich kann hier das Gitter einblenden. Ich verschiebe hier ein Gitter und kann so jetzt die Elemente neu positionieren. Ich blende das Gitter wiederum aus. Falls die Bewegungen zu stark sind, kann ich hier jetzt über den Pinseldruck den Druck zurücknehmen und sagen, ich möchte hier jetzt nicht so stark die Bewegungen durchführen. Ich könnte jetzt auch da herklicken. Jetzt kann ich schon ein wenig mehr drücken, die Nasenpartie etwas zusammenziehen. Hier die Nase etwas nach rechts ziehen. Hier etwas nach links. Generell muss man aufpassen, wenn man im Gesicht arbeitet, dass man hier jetzt nicht zu stark vorgeht. Falls ich irgendwo sage, hey, das war jetzt zu viel, kann ich unterhalb von dem Wischfinger oder vorher jetzt grünen Werkzeug auf das rekonstruieren Werkzeug klicken. Und wenn ich jetzt über den Bereich drüber fahre, dann wird hier das Gitter, das darunter liegt, wieder gerade ausgerichtet. Man sieht, hier wird das wieder gerade zurückgerichtet. Das hat mir aber schon gut gepasst, so wie es vorher war. Ich schiebe das jetzt wieder hier nach innen. So, wenn ich da jetzt fertig bin, kann ich das bestätigen. Diesen Bereich möchte ich auch noch etwas reinziehen. Okay. Und ich sage okay. Jetzt sieht man, wenn ich die Ebene ein- und ausblende, habe ich die Nasenpartie entsprechend verändert. Nun kann ich auch die Auswahl aufheben und bin so weit, dass ich jetzt anfangen kann, die Randbereiche hinein zu maskieren. Es ist jetzt nämlich wichtig, wenn ich da verschoben habe, im Bereich von dem Augsiebenis, dann kann es sein, dass die Ebene ein wenig herum springt und die Kanten jetzt nicht mehr deckungsgleich sind und nicht mehr gut passen. Deswegen klicke ich jetzt auf der Ebene Nase, dahinter auf die Ebenenmaske, wähle mir das Pinselwerkzeug aus und sage, ich möchte hier einen Pinsel, die 40 Härte 0 Druck ist Deckkraft haben, diesen etwas vergrößern, indem ich Alt und Rechts klicke und jetzt mit schwarzer Farbe, also ich wechsle mit X zwischen Vor- und Hintergrundfarbe, mit schwarzer Farbe diese Bereiche wieder wegmaskiere, in denen ich nicht gearbeitet habe. Also ich überblende hier jetzt die Bereiche außen mit den bearbeiteten Bereichen. Also jetzt sieht man auf der Maske, bin ich genau außen rundherum gefahren, ich kann hier mit gedrückter Alt-Taste mir die Maske anschauen und jetzt diese Bereiche habe ich wegmaskiert, also überall wo jetzt die Maske ist, klicke hier mit gedrückter STRG-Taste einmal auf die Ebene. sieht man hier in den Randbereichen, also hier das Rechteck, ist jetzt die wirkliche Ebene und ich möchte die Randbereiche wegmaskieren. Also in diesem Bereich kann ich noch etwas reingehen, STRG-T, Alt-Klick auf die Maske, ich fahre hier etwas noch drüber mit schwarz. Jetzt kann ich, wenn ich mit SHIFT draufklicke, SHIFT-Klick, schauen, was ich jetzt wegmaskiert habe und das schaut gut aus. Und man sieht, die Nase blendet sich hier eigentlich ganz gut in den Hintergrund ein. Was ich nun machen möchte ist folgendes, ich nehme mir wieder das Rechteck-Werkzeug und markiere mir das Auge, sodass das gesamte Auge drauf ist oder innerhalb der Auswahl ist und sage wiederum bearbeiten, auf eine Ebene reduziert kopieren und sage dann bearbeiten, einfügen. Ich habe hier jetzt das Auge rechts von mir aus, also von meiner Ansicht und jetzt das gleiche auf dieser Seite. Auge auswählen, bearbeiten, auf eine Ebene reduziert kopieren, dann bearbeiten, einfügen. Hier kann ich jetzt sagen Auge links. Was ich jetzt machen will mit diesen beiden Ebenen ist vom Grundprinzip ähnlich zu dem, was ich mit der Nase gemacht habe. Zwar sage ich beim Auge links, fange hier an und sage bearbeiten, frei transformieren, STRG T und wähle jetzt den Mittelpunkt hier, genau so, dass er in der Pupille in der Mitte ist. Das passt. Jetzt kann ich auf Breite und Höhe gehen, nehme die Kette und gehe hier 1, 2, 3, 4 mal nach oben. Also jetzt bin ich auf 104%, eventuell 105, manchmal sogar 106%. Bestätige das mit Enter und kann das da hinten mit dem Hakerl auch bestätigen. Jetzt gehe ich aufs Auge rechts, sage wiederum STRG T, ziehe den Mittelpunkt in die Mitte der Pupille, schaue, dass hier oben die Kette ist. Ich gehe auch genau auf den gleichen Wert, 104. Nun bestätige ich das wieder. Jetzt sieht man, die Augen sind größer geworden. Allerdings durch das, dass sie einfach größer geworden sind um 104%, sind natürlich auch die Kanten nicht mehr so schön. Und darum das gleiche Spiel wie bei der Nase. Ebenenmaske, hier Pinselwerkzeug Shortcut B und ich maskiere die Randbereiche wieder rein. Bewege mich hier etwas nach unten, fahre hier außen rundherum grob und großräumig. Okay, das gleiche auf der linken Seite. Maske, Pinsel ist ausgewählt. Fahre hier rundherum. Eventuell kann ich hier den Pinsel auch etwas kleiner machen. Sage hier ALT-Rechts-Klick, mache den Pinsel etwas kleiner, zoome etwas ein und schaue, dass hier diese Bereiche gut überblenden. Genau, rechte Seite auch noch einmal. Okay, das sollte passen. Ich zoome etwas aus. Jetzt kann ich hergehen und sagen, das linke Auge oder ihr linkes Auge, jetzt mein rechtes Auge, nur größer, genau das gleiche auf der anderen Seite. Größeres Auge. Die Nase ist etwas schmäler geworden. Und wenn ich das Ganze vorher nachher sehen will, kann ich hergehen mit gedrückter ALT-Taste auf das Auge auf der Hintergrund-Ebene klicken. Jetzt sieht man, so hat es zu Beginn ausgeschaut. Und so sieht das Bild oder unsere Retusche-Arbeit jetzt aus. Also von unten nach oben. Zuerst die Falten etwas reduziert. Danach mit dem Reparaturpinselwerkzeug verschiedene Hautunreinheiten ausgebessert. Ich wechsle hier schnell auf das Handwerkzeug. Hier, hier oben, hier oben. Danach die Nase, kleiner gemacht. Und über die Maske die Randbereiche hineinmaskiert. Sieht man hier. Danach das rechte Auge grösser gemacht. Und auch wiederum über die Maske das Auge hineinmaskiert, dass hier die Randbereiche gut hineinpassen. Hier jetzt das linke Auge. Genau das gleiche. Auch wiederum über die Maske hineinmaskiert. Und so sieht man, man kann über verschiedene Ebenen und verschiedene Techniken, wie einerseits den verflüssigen Filter, andererseits einfach ein ganz normales freitransformieren, wobei den Mittelpunkt eben direkt in die Pupille setzen, das Bild entsprechend schnell und einfach verändern. mit dieser Bucht zu machen. Wie unten. Wie unten. Wo unten.